Und damit jetzt willkommen zurück zu Borderlands 1 mit den verrückten Freddy und dem Kaisi. Kaaah! Ich glaube das Auto noch fallen. Los Kaisi, do thanks. Mach ich doch, ich fahr mit seinem Auto rum. Er kann nicht fahren, seine Reifen kommen nicht auf den Boden. Voll geil, ja. Ganz boh, Alter. Euro Truck Simulator 2. Ja, Mann, das ist eigentlich gar nicht Borderlands. Okay, fahr zu, es wird verteilen, ich weiß gar nicht wohin. Du wolltest dir die Arena-Umblick machen. Ja, ja. Die ist hier. Hoi jo, Arena. Äh, dann mach ich die Kräste auch schnell an, damit doch niemand verwirrt ist, was wir machen. Oh Gott, sind die Knallern, es krägt krass. Küche überfetzt. Also bitte auf einmal ein Auto umzudrehen. Ich wollte unter dir parken. Ich habe unter dir geparkt. Ja, das Auto gefallen schon. Ja, das wäre keine schlechte Idee. Ja, und dann muss ich noch kurz skillen, weil ich die leveled bin. Ja, skillen muss ich auch noch. Mal hier nachher. Hi Freddy. Hallo. Wieso nachher, Kaisi? Kannst du doch jetzt machen, wenn wir einkaufen gehen. Ja, ich muss auch noch einkaufen. Ähm. Ich auch und ich skill jetzt trotzdem erstmal. Okay. Ja, willst du einen Terrible Shotgun haben? 51x9? Boah. Äh. 51x9? Hm. Könnte man sich überlegen. Ja. Kannst du uns überlegen? Also... Ich hab keine Escape-Taste. Äh. Das kann ich verkaufen. Wer den letzten Part nicht mitgekriegt hat, ich hab meine Escape-Taste ausgebaut. Ja, genau. Weil das Spiel immer... Weil das immer aus dem Spieltab, wenn ich... Ähm. Ja. Deinen Penis raushol. Escape drücke. Ja, wenn ich meinen Penis raushol, dann stürzt es einfach alles ab. Dein ist Ende im Gelände. Dein ist Ende im Gelände. Schluss im Bus, aus die Maus. Äh. Moment. Aufnahme ist vorbei. Dann ist einfach ganz aus. Ah, danke. Okay, ich hab noch 20k. Ich muss mir mal wieder ein Speicherdack-Upgrade holen. Okay, den muss ich jetzt mal kurz vergleichen. Ups. Hier. Ich hab mal SMG-Upgrade mal. Ähm. Hab ich voll. Hier steht zumindest... Das kannst du nicht verwenden. Das kannst du nicht verwenden. Das kann ich mal... Das kann ich mal... Das kann ich mal... Repeater-Pistole bräuch ich noch. Hab ich auch schon. Rocket bräuch ich nicht. Granate bräuch ich nicht. Combat-Rifle bräuchte ich noch. Hab ich auch schon. Sniper? Hab ich noch nicht. Sniper kauf ich noch mal. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab grad alles ausgegeben. Aber ich glaube Combat-Rifle hab ich sowieso schon. Ja, ich auch. Ne Combat-Rifle hab ich sogar schon Stufe höher. Ich hab so hoch wie es geht. Oh. Tja und... Äh. Und nochmal schon die Waffen halt durchladen. Ja, hab ich glaube ich schon getan. Ne, meine Sniper ist leer. Du kommst hier hin. Sniper mit 247 Schaden oder so. Ja. Meiner hat 238 Schaden. Du kleiner kleiner Pisser. Hallo. Ach du auch. Ich geb ich auch noch. Ja, aber das ist nicht mein Hauptsniper. Das ist mein Hauptsniper. Das ist mein Hauptsniper. Das ist mein Hauptsniper. Ne, ne. Nicht bei Akers Gags. Ne, aber fast, Mann. Ja, die gehen aber auch. Ich slow die richtig übertrieben, wenn ich die Neife. Dann neife sie mehr. Ja. Neife more. Wie man in der Luft getötet hat. Du kleiner Pisser. Willst du mich wütend machen? So. Und wo ist jetzt hier die Herausforderung? Und wo ist jetzt hier die Herausforderung? Meine Ulti bringt mir halt mal gar nichts im Vergleich zu meinen Waffen. Ne, wirklich nicht. Wie kostet du mir die Scheiße aus ihm raus? Das war alles? Nächste Runde GG. Wieso haben wir die letztes Mal nicht geschafft? Weil wir richtig schlecht waren? Ja, aber ich hoffe ja. Alter, das sind wir inzwischen gut. Gefällt mir. Moin. Auf Facebook. Ne, Facebook hab ich nicht mehr. Na ja, stimmt. Ich benutze es kaum noch. Oh, ein Granat mit der Scheiße. Ich hab's gar nicht mehr. Also du benutzt es noch? Ein Alu schon? Ja. Du benutzt es noch, Freddy? Ne, nur wieder. Ich logge mich einmal die Woche ein. Oder so. Die neuen AGBs akzeptiert, Mensch. Du bist doch kein Mensch mehr. Ja, ich war sowieso noch über Spotify eingeloggt. Und deshalb wurde das wahrscheinlich automatisch gemacht. Weil da ist man ja auch über Facebook eingeloggt. Deshalb hab ich mein Facebook komplett gelöscht. Kann ich verstehen. Aber... Ja, ich mein... Pfff. Also meine Freunde, die ich auf Facebook hab, die kenn ich auch alle im richtigen Leben. Und hab mit denen auch im richtigen Leben meistens ziemlich viel Kontakt. Hauptsächlich über TS bei mir. Ja. Zum Glück hab ich kein Problem damit, wenn meine Freunde sehen, dass ich auf, äh, ice.de nen Huge Dillow mit 50 cm länger gekauft hab. Wer ist... Äh, Facebook hat erst die Möglichkeit, äh, zum Beispiel Käufe zu übertragen. Also Käufe zu realisieren. Ja. Das gehört auch dazu. Und das werden sie wahrscheinlich auch posten. Ja. Wahrscheinlich. Sie dürfen's, das reicht. Ja. Sie dürfen posten, wenn ich mir einen 50 cm Dillow kaufe. Aber ja, kein Problem. Ja, warum machst du's dann? Warum nicht? Hat er ja gar nicht unbedingt, aber sie dürften's posten. Ja. Es geht ja nicht darum, was du hast, sondern darum, was sie können. Äh, sie dürfen sich veröffentlichen, sie dürfen die, äh, Daten abrufen, was steht. Nur so, dass sie veröffentlichen dürfen. Oh. Naja. Ja. Also sie werden's wahrscheinlich verkaufen, aber es wird dies niemand auf deine Seite, äh, geben. Dann kriegst du einfach ganz viele, äh, ganz viele Werbeanfragen über Facebook. Wollen sie eh einen großen Dillow kaufen? Jetzt kriegst du das sowieso auf jeder anderen Seite. Neuer Dillow, 100 cm. Neuer Dillow. Umfang. Umfang von... Nein, Umfang von 160 cm. Oh. Jesus. Holy. Mein Umfang ist geringer. Mann, soll das ein Witz sein? Das hätte niemand überlebt. Äh, was? Die Menge will kein... Was? Die Menge will keine Helden. Sie wollen die Leute sterben sehen. Nimm dein Geld und verschwinde. Er hat aber recht. Mhm. Ja, hat er recht. Die Menge wollen keinen Gewinner sehen, zumindest nicht bei Kämpfen, sondern immer nur Verlierer. Mhm. Außer beim Fußball. Ja gut, außer beim Fußball, stimmt. Aber Fußball ist auch kein Sport. Ja. Ich nehm dich mit, Manu. Tsch. Ich will mitnehmen. Ähm. Äh. Äh. Wo ist die nächste Portstation? Ähm. Neue Idee. Ist in... äh. Firestone. Ich glaub bei der Arena war auch einer. Aber... Gib ich mir die sicher. Kishi. Stop it please. Ja? Was denn? Matsch. Einfach voll übers Gesicht gefahren. Heilige Scheiße. Was ist denn mal mit deinem Gesicht passiert? Uhuhuhu. Ja. Hier scheint keiner zu sein. Da müssen wir wirklich nach Firestone fahren. Äh. Hier ist doch einer. Das ist ne Dingsstation. Ne was? Auto. Okay. Kishi, warte ich bin ausgestiegen. Echt noch mal wieder einsteigen? Ich hab grad geguckt, dass es wirklich ne Autostation war. Mhm. Ist es. Ne, ich lüge dich nur an. Ja? Ja. Stimmt schon. Freddy wär's zuzutrauen. Wahrscheinlich. Er ist aber durch die Gegend explodiert. Kirschi. Ja, ich weiß nicht was du hast. Please. Ich pack nur noch den STVO. Ah, nach der STVO pack man also so. Das muss ich aber nochmal nachlesen, Kirsch. Den Absatz musst du mir aber nochmal zeigen. Ja, das ist Paragraph 32b. B. Abschnitt 2. Unter Paragraph 27.836 oder was? Ne, ne. Das war ein Regelwerk. Das hab nicht ich gemacht. Sonst wär's so. Ah. 11 FPS im Lado-Spring einfach mal. Oh mein Gott. Oh, fuck. Seit wann ist das so? Das hab ich doch vorher nicht. Oh mein Gott. So much stuff there, man. Wum, 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 wum. De, 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 de. Guter, wo bist du denn? Moin. Oh Gott, noch 2 neue Quests. Äh, das haben wir gemacht. Äh, TK ist tot. Mann, das Arschloch hat nie das Werkzeug zurückgebracht. Dass er sich geliehen hat. Danke, bla bla bla. Nein, das bist du keiner für. Noch ein scheiß Granatenmord. Sammle alle aus. Teile. Und bis zu den Ohren. Öffne die 2 blockierten Rohre in der Sammelsstation von, äh. Ja. Hör mich alle dran. Und mit dem Ärger mein ich, dass du für Diekes Beerdigung verantwortlich bist. Ja. Ja. Sein wirst. Ich werd's auf jeden Fall nicht tun. Oder was? Nicht sein. Meine Jungs und ich werden heute Abend auf ihn anstoßen. Wir sollen seine Beerdigung organisieren übrigens. Oh. Äh. Wir die Motto zunächst abschließen. Oh. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Bezahlte New Haven. Blister? Ja. Blister. Nicht Blister. Blister Compact. Ziemlich schmerzhaft. Gute Beschreibung. 35 mal neun Shotgun. Das dürfen wir alle haben. Das ist nicht so gut. Du hast nur 50er und neuner. Aber es ist nur sauer Shotgun. Und sie sieht geil aus. Guck dir mal diesen Monster an. Oh ja. Ach. Oh ja. Schlag ist zur Kralle. So. Nimm ihn in den Mund. Schon geil. Ja. Äh. Wollen wir erst einmal meinen Schlag ist der Kralle? Diefer. Diefer. Was? Ich hab nur North Commons West verstanden. Äh. Rust Commons West. Oder Tetanus Warren. Weil in Tetanus Warren haben wir zwei Quests. Und die restlichen sind alle in äh. Rust Commons. Also ich glaube Rust Commons ist die nächste Stadt. Dann lass uns Tetanus machen. Das hört sich sehr nach äh. Tetanus Impfung an. Ja. Ich mag Tetanus. Ich nicht. Du hast ein cooles Schwert auf dem Rücken Freddy. Ein ziemlich gehörtes. Solltest du es mal in dir spüren? Oh Gott. Warte. 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 Mit diesen Klingen. Mit diesen Reißkrallen da oben dran. Das. Ja muss ja auch Spaß machen ey. Natürlich nach oben so rein. Da wo der Kitzler ist. Wieso. Wieso. Wieso Kitzler. In den Arsch. Immer in den Arsch. Macht's wirklich viel Spaß wie mein Kitzler. Erstmal schön in den zweiten Arsch rein zu ziehen. Oh ja. Also ich hab nen Granaten Mod. Warte. 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 58 Schaden. Transfusion. Ausrüstung. Kannst du den Feind Gesundheit und heilt mich. Was. Heil. Wie geil. Wie geil ist das denn bitte. Ich glaub die Elefantengarn verkaufe ich mal. Ich nicht. Die ist ziemlich gut. Ja ich mag sie aber nicht. Pistolero ich weiß nicht. Ich benutze Pistole eigentlich nicht. Äh. Was ist das für ne Pistole? Was. Welche du verkaufen willst. Das ist ein Klassenmatt für mich. Ah ok. Ich benutze das so ein Klassenmatt für mich. Guck mal wie lange wir noch haben. Ich benutze immer noch die gelbe Pistole. Hm. Neun Minuten haben wir noch. Wollen wir schon mal nen Autor. I like. I like. Und ne mehr Autor. Warte. 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 Wo müssen wir hin. Da vorne. Na. Oh er steckt so ne Waffe in. Oh du hast übrigens Schrauben am Schuh. Ich hab nicht mal Schuhe an bei mir. Doch du hast Schuhe an. Ich hab nicht mal Füße bei mir. Ich hab nicht mal Beine bei mir. Ich hab kein Unterleib. Ich kann dich gar nicht ficken. Bitte nicht schießen. Bitte nicht schießen. Bitte nicht schießen. Bitte nicht schießen. Los schieß. Wie komm ich da hin. Geh doch mal dahin. Oh. Hat mir nicht mal was abgezogen. Oh mein Gott. Man kann hier mit Explosives und sowas kein Schaden an Mitspielern machen. Voll verarsch. Das. Warum. Wir brauchen Borderlands 2. Okay ich nehme das eigene Auto. Ich hab keine Ahnung wo wir hin müssen übrigens. Ich folge dir einfach. Soweit ich's kann. Ich kann das Auto nicht klauen. Ich mach mal Map. Äh rechts. Ich will das Auto nicht klauen. Ja aber da geht's nicht weiter. Klick. Zu. Äh. Also laut dem hier ist hier offen. Äh was jetzt. Ja aber wir können hier also wir können hier schon weiter laufen. Ach hier müssen wir laufen. Guck mal das brennt da. Das sieht ekelhaft aus. Oh was. Was bist du denn. Oh Gott bist du hässlich. Oh das ist nochmal ein klein. Hallo. Das sieht aus wie Kakerlaken alter. Boah ist das ranzig. Geh weg vom Mäuschen. Oh. Oh. Ksch. 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 Du kleiner Pisser. Und lass doch was nachladen. Erst schieße ich dir ins Gesicht. Du Pisser. Oh. Verrecke. So. Du übrigens auch noch. Ich bin gleich tot. Du hast es doch nicht mit angesprochen. Ach dieser Pisser. Dann halt so. Kisch hier erschießt der. Fisch hat ihn umgebracht mit seinem Gift. Nein hab ich nicht. Nicht? Ich hab ihn erschossen. Nein Kisch hier den erschossen. Ich hab extra gewartet. Was bist du denn. Oh. Feuermord für Granaten. Schlechter aber 42 Schaden nur. 42 Schaden ist für mich normal. Wir müssen hier lang. Also ich hab ein 50er oder sowas. Wo ist hier? Ach da ist 4. Ach ein 50er hab ich. Sieht so aus auf jeden Fall. Und da brennt. Das Kirsch. Ich fass es an. Ich hätt noch ein 35er für euch. Damit könnt ihr euch heilen. Hojo. Heiß. Hojo du bist heiß. Hojo. Ich kann da nicht ran. Ach da. Ich will da rauf. Das ist gemein. Hast du halt noch ne Bierhände? Ja warum? Wo bin ich denn lang? Oh ich hab's gefunden. Ich bin der Beste. Was hast du gefunden? Den Eingang zur Caustic Cavern. Oder wie die heißt? Ikome. Ikome. Oder Tatanus. Tatanus Zeug. Kischi. Fettenbrust. Sie haben meinen Schuss ab. Tatanus Warrens. Okay ich dachte wenn du gegen mich schießt. Ich bin hier nicht erst in den Weg gelaufen. Ich war da schon Ewigkeiten. Hä du. Ich hab da grad auf die Weiden gezielt. Wollte endlich mal mein Schnappchen auspacken. Wollte Fischerns rumheulen. Und dann rennst du mir genau in den Schuss rein. Ich will doch gar nicht mehr rum. Kann ich ja nicht riechen das du da gerade ziehst. 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 Stop crying. Ist allgemein so genau. Stop crying Freddy. Stop crying. Also. Guck Freddy steck dich mal neben den Tank. Also du kannst dir selber damit Schaden machen. Aber wenn ich drauf schieße. Ne. Voll der Scheiß Dreckspiel. Ja. Zero out of ten IGN. Zero out of eleven. Äh. Ja haben wir noch. 10. 7. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 5. Anfassen! 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 Oh ja! Ich hab' einfach alle kaputt geschossen. Und du hast mir alle weggeklaut. Ja! Ach, das ist jetzt aber nicht für ein Mäuschen. Och, oh, hier würd' ich erstmal weggehen, sonst ist hier gleich alles verseucht. Das gehört sich nicht für ein Mäuschen. Ach, ein Mäuschen darf nicht scheißen gehen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wenn er nur in den Arsch rein, aber nicht aus dem Arsch raus. Das ist Spider-Ending. Ja. Da haben wir in Teil 2 besser gewonnen, da waren die einfacher. Die machen fast keinen Schaden und sind sofort tot. Ja, da waren Teil 2 noch einfacher, weil die größer waren. Nein, in Teil 2 haben sie einen eingewoben. Oh, geil. Ja, aber nur ein paar. Ja, und das war richtig nervig. Oh, hier ist noch ein Klo. Äh. Nein, nein, Mäuschen. Nur rein, nicht raus. Okay, dann kommst du nie wieder raus. Au. Hm. Mit so einem Leben kann ich mich abfinden, glaub ich. Das fällt mir jetzt gerade so vor. Ich drück einfach die ganze Zeit auf ihr und krieg einfach gar keinen. Du läufst einfach mit mir vorher rum. Ja, einfach so, du musst einfach überall mitgehen. Wenn du dich weigerst, irgendwo hinzugehen, hebe ich dich hoch. Die ganze Zeit schönen Schwanz drin. Oh, knallharter Spider-Anne-Verführer. Geh weg. Führer. 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 Du kannst sie übrigens am Arsch krippen. Gott, was war das gerade? Ich kann sie einfach in der Fresse krippen. Ich kann sie einfach in der Fresse krippen. Bloodwing. Things. Böse Spider-Anne. Die Waffe macht irgendwie ein bisschen wenig Schaden. Meine Waffe lehrt zu langsam nach irgendwie ein bisschen. Ey, dieser Pisser. Das springt mich an, bringt mich dazu zu fallen. Ich mach das, was Kirschi machen sollte. Einfach hinter ihm stehen und drauf hauen. Oh. Sag mir doch was. Ich bin durch die Gegend geflogen. Bin gleich tot. Ich brügel die Scheiße aus dir raus. Guck mal. Gah. Bin tot. Mein Schleg explodieren teilweise. Steht sich noch einer? Oh, scheiße. Hier ist niemand mehr. Soll ich dir mal helfen? Soll ich dir hochhelfen? Nee. War auch geil. Ganz cool. Treff dir trotzdem auf. Oh, du verweckst. Danke. Bitte. Hast du attackiert mich denn noch? Da war gerade noch ein kleines Spider-Anteil, was ich angezündet habe. Das ist nochmal so. Verreckt doch endlich, du scheiß Viech. Was macht dieser Clap-Trap hier? Nicht so gemein. Doch. Gegen Clap-Trap gegenüber schon. Ja, Franzi, wir dürfen Clap-Trap gegenüber so gemein sein. Ah, das sind, das sind... Das ist ein dummer Hurensohn. Ja. Die sind für'n Arsch. Da ist so'n GTA Vc5, so. Warum sind hier nur Stalagniten und kleine Stalaktiten? Ich mag Stalaktiten. Weil da halt Titten drin vorkommen, das muss zensiert werden von jedem Schuss. Ja eben, das mag ich voll lieber. Nee, weil für die Titten du zuständig bist, Fisch. Ganz alleine? Ja. Du hast ein paar mehr als zwei. Du kannst mit der ganze Höhle füllen. Gott. Auch nur weil sie riesig sind. Ja, okay. Das ist dann wieder okay. Ja, solange sie nicht auf dem Boden schlurren. Oh Gott. Ja. Chokes on dick Style. Kenn ich nicht. Chokes on dick. Ha. Ha. Oh, stimmt. Oh, das war mein Kopf. Äh. Oh Gott. Muss nachladen. Wieso? Ja. Ich muss nachladen? Äh, weil meine Waffe leer geschossen ist. Achso, ja. Gut, dann. Ich habe nur auf. Ich halte dich einfach mal. Danke. Ich versuch dann mal hier ein bisschen rumzuballern hier. Ach, fuck it. Ich brückel einfach die Scheiße aus ihnen raus. Freckt. Es reicht mir. Ja. Okay, die Waffe ist echt so die beste, die ich habe. Du kleiner, fickter Pisser. Ah, du bist ja auch noch ein Feind, du Pisser. Ich glaube ich ein Turtle. Das ist ja Freddy oder so. Ne, Freddy hat ihn erschossen. Hab gemerkt. Da war noch ein Feind. Wo? Ich habe seinen Kopf entfernt, tut mir leid. Schön. Mir ist der Kopf noch dran, du der Arm nicht. Äh. Wo ist denn das Teil? Der ist doch da oben. Habs geholt. Oh, okay. Was denn? Ja, da ist Repertur-Kit. Oh, für Clap-Trap. Äh. Holt ihr mal ein paar Kristall und ich repere einfach den kleinen Crap-Crap-Crap-Trap. Ich hole auch hier die ganze Zeit Kristalle an. Ja und ich repere einfach den kleinen Crap-Crap-Crap-Trap. Crap-Trap? Ja, Crap-Trap passt. Ja, ich wollte gerade sagen, so Crap-Trap passt schon. Ja, das ist schon ordentlich. Das ist schon eine Bombe mit einem Monster. Da geht mir einer Flissen oder ihr das weg, du. Ich lenke die Spider-Dings da an. Äh, ab. Äh, mit Heartbreak, so. Wir haben ein riesiges Inventar, das wir gar nicht brauchen. Ich hatte irgendwie Bock für GTA 1. Ich hab schon wieder 42k? Ich hab's doch mein ganzes Scheißgeld ausgegeben. Könnt nicht sein. Ich hab 42k? Wir haben übrigens nur 3 Sekunden. Oh Gott. Direkt bei der Fresse statt der Pisser. Was ist denn das gerade? Hab ich hier ne neue Sniper mit 325 Schaden. Ich hab Geld. Und ne Shotgun mit 48x8. Ist nicht schlecht, aber nicht so gut meine. Und ne Klo. Also geh ich zum Abschied nochmal schön erstmal abstrullern. Das hatten wir doch. Ja, okay, okay, okay. Aber eigentlich gilt da dasselbe. Nur rein und nicht raus. Und irgendwann platzt sie einfach. King Weewee. King Weewee. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Haut rein, tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020